Ich mache jetzt ein Pizzer. Bitte, was hast du gesagt? Hallo, wir machen ein Pizzer. Hallo. Und Jillian? Ich mache ein Herz. Magst du ein Herz? Ich mache ein Hase, glaube ich. Nein, ich mache ein Herz. Ich auch. Herz ist besser. Eishase. Das ist cool. Nicht schauen, Jillian. Oh yeah. Jetzt auch noch mehr gesehen. Jetzt filmen wir. Mama, können wir... Ich mache ein Kalatschuken. Bitte, na. Challenge daun nila. Das ist eine Challenge. Das ist ein Kreis. Das ist ein Kreis. Es ist zu schwer. Was machst du jetzt? Ein Kreis. Machst du ein Kreis? Und ich mache eine Reihe. Es ist zu schwer. Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Ich mache einen Kreis. Ich mache so ein Loch. Den müssen wir doch nicht. Was? Ich bin doch nicht fertig. Ich bin doch nicht fertig. Wow, das ist ein Herz, aber musst du das two erst Ist das ein Herz? Das ist das, waka baba ka doon, waka akyat Makniks, makniks, anak Das ist das 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 Wow, ganda ka Julian, das ist ein Herz, Julian Das ist das 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 Das ist die Kase oder Bors? Oder Mais? Daming Kase Kase oder Bors? Kase macht das 开at Dampere 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 Entschuldigen Beber Dampere Auge Ist das hier? Hörst du Koya dran? Nee, fertig Du musst noch ein No, kein, nee, was machst du jetzt Koya? Aha Nine, false Alle, drive False Pareho kayong False No No Walang dibonen Unen Unen siya din, gala Unen siya din Unen siya din Unen siya din No, boah, Mama Richtig oder falsch? The sun is falsch Pagbigyan ng katawan sa mga gusto maranasan Kanyang pag-isipan pa Pagbigyan mo na sana ako Pagbigyan mo na sana ako Di naman ako tulad na Gingnock niya yung glove Kanyang tawaan sa'yo? Okay, Julian. Ja, Julian. Kannst du sie? Wir holen sie in den Öven. Ja. Das ist sie. 220 grads, 15 oder 20 Minuten? 15-20 Minuten. 220. Wir legen sie. Okay, bye-bye. Bis später. Es ist wirklich gut. 20 Minuten ist es. Wir haben eine Art Kumpel. Wir haben sie. Das ist ein Teil. Das ist, was wir jetzt. Das ist ein Teil. Es ist gut. Es ist gut. Es ist so schön, ihr habt eine Sorgen? Und noch etwas besser zu essen! Es ist so gut. Siebe den sie! Spassionieren wir es! Das war's für heute.